Nun, mein Hauptbüro plant wieder eine neue Serie von Artikeln, das Leben im heutigen Berlin. Ost- oder West-Berlin? Wir brauchen sechs Artikel, einen im Monat. Wir übernehmen selbstverständlich alle Spesen. 300 Dollar die Woche können sie so verpulvern und 2000 für jeden Artikel als Honorare. Hör zu, die Battery liegt unten am Dock. Sie verlässt heute Nacht London. Du wirst mitfahren. Wie? Ja. Willst du mir erzählen, dass du nur hergekommen bist, um unsere Flucht zu arrangieren? Nicht unsere, deine. Bist du verrückt geworden? Ich werde mich der Polizei stellen, wenn du fort bist. Oh, da ist ja Miller. Er wird sich freuen, Sie wiederzusehen. Morris, endlich bist du da. Na, das ist ja gut. Ich dachte, du bist nicht verachtet. Ja, ja, das werde ich dir nachher erklären. Ich habe eine Überraschung für mich. Ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Ich gehe, ich gehe. Ich gehe, ich bin. Jones, mailbox-Helene. Ich gehe property Hier darf ich sein.